Am 28.07.2022 gegen 9.15 Uhr wurde die Berufsfahrt bei Bonn zu einem Auffahrunfall von drei Pkw auf die A59 in Höhe Fielich-Mülldorf in Richtung Königswinter alarmiert, bei dem eine Person verletzt wurde. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrtrichtung musste vorübergehend gesperrt werden. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Im Einsatz waren das Tanktischfahrzeug 2, der Rettungswagen 2.1 und ein Funkstreifenkraftwagen der Autobahnpolizei Köln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017